So Leute, da haben wir auch mit reingestauscht, hier seht ihr die Schlange, die alle noch was muss, ja, so läuft das alles, hier Leute, alle am wasen, 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 die auch, auch komplett alle am wasen dahinter, hinten auch noch, Leute, alle am wasen, alle am wasen, noch nicht, wie viel haben wir jetzt? Wartet, wo ist mein iPhone, 9.27 Uhr, ich hab's gezockt, ich kann euch eine Sache sagen, Leute, Special Ops, es ist einfach nur geil, es ist so geil, Leute, es wird sich auf jeden Fall lohnt, das zu holen, so, noch ein bisschen was ich gezockt habe, aber es ist geil, guck mal, Leute, wie die jetzt hier anstehen, alles voll, alles voll, hier alles, so. Alles voll mit Menschen, alles voll mit Menschen. Heute, man sieht bei lauter Menschen, äh, ja, die spielen hier gar nicht mehr, kann man so sagen, hier, alles voll. Hier, komplett. Ganz hinten durch, da war's der Regi, irgendwo, da ist FIFA 11, FIFA 12, FIFA 12, meine Damen und Herren, da muss ich jetzt über die Schemenge kämpfen. Na ja, Leute, also hier, Skyrim, die Elder Scrolls 5, alle am warten, alles voll, viel zu krass. Vor allem, manche Leute, wissen jetzt nicht beim All-Water 3, dass die mit Schülerausweis nicht reinkommen, oder warten sie da 30 Stunden, ja, um da mit dem Schülerausweis abgebilden zu werden. Leute, zieht euch mal die Schlange rein, hier, die Elder Scrolls 5, es geht weiter, alle am warten, Leute, alle am warten, das geht's doch gar nicht, hier. Abschwerung vorbei, alle am warten. Die ist so heftig. Die ist so heftig, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Ja, Leute, die Schlange, die geht bis zum XMG-Stand, bis zum XMG-Stand, hier, ist so heftig. Ja, das wird so ein bisschen, aber das ist auch die geilste Hale, muss ich sagen. Tasting, Leute, jetzt kommen die geilen Weiber, einen Moment. Nein, da haben wir sie, Bikini. Hier, Wette für 3, auch eine riesige Schlange. Hier stehen einmal komplett drumherum. Geht's krass. Alles hier, Cade King. Alles viel zu heftig. Ist das nicht krass, Leute. Einfach hier. Oh, Minecraft-Typ. Alle am warten, alle am warten. Hier auch, Wette für 3. Komm, ich komme gar nicht mehr durch. Einen Moment. Ja, Leute. Wette für 3. Wette für 3. Wette für 3. Alle am warten, alle am warten. Achte, und ihr habt ja gesehen, wie lang die Schlange geht, ne? Ja, habt ihr gesehen. Da hinten. Gerade eben standen die auch noch einmal komplett hier um das Tätelfeld-Ding rum. Einmal komplett. Hier, da seht ihr, hier geht's weiter mit der Schlange. Die stehen immer weiter an, Leute. Da. Jetzt noch einmal hier Kopfnetz rum. Hinter der Ecke geht's noch weiter. Das ist viel zu krank. Das ist echt krank, Leute. Hier, Sims 3. Hier steht natürlich niemand an. Obwohl, ey, ich sehe sogar Leute für Sims an. Was ist denn? Was ist da los? Ey, sowas kann ich jetzt überhaupt nicht. Verstehen wir, wie man für Sims anstehen kann. Sims für Star Wars. Auch alle Leute haben anstehen. Richtig heftig. Und ja, Leute, ihr seht ja mal, wie leer es hier gerade eben war. Wie leer es am Mittwoch war, von dem Video-State, die ich gemacht habe. Aber gleich das einfach mal bitte. Und dann sagt mir, die Leute haben mir gesagt, dass ich kein Boss bin, dass ich kein VIP bin, dass ich hier am Mittwoch war. Hier immer eine Stunde rein konnte. Dann sagen wir bitte, dass ich dann kein Boss bin. Also wer das sagt, dann hätte ich keine Ahnung. Hier, Leute, auch mal Schraube und FIFA. Viel zu heftig, Leute. Viel zu heftig. Ah ja. Ich muss sagen, das war es erstmal hier. Das hier war Halle 6. Meine Damen und Herren, Battlefield, FIFA. Call of Duty natürlich. Es ist launch auf jeden Fall. Call of Duty, War Warfare 3, holt es euch. Wer es nicht holt, der verpasst das. Ich sage es, Leute. Dankeschön, danke. Danke, danke, Leute. Ich brauche die Chance von Battlefield 3. Das ist krank. Also, das ganze März, Leute. Das tue ich mir. Würde ich mir niemals mehrmals tun. Die ganzen Leute, die hier warten, meine, meine, dumme Idioten. Ich habe doch das Release 2-State für sich hier in 7 Stunden ab. Na ja, heute macht's gut. Bild um nitt video. H чуд see en juh. Also, ja. Vielen Dank.